Willkommen hier zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal, das wahrscheinlich voraussichtlich jeden Donnerstag kommt um 16 Uhr und hier kommt gerade ein fucking Flugzeug bei mir. Das hört man jetzt vielleicht. Unprofessionell, dislike, Diabo. Ja, ich muss euch das jetzt hier erst mal erklären. Ich kenne mich damit null aus. Das habe ich von einem Abonnent bekommen, also der hat mir das hier gesagt und gefragt, ob ich das jetzt gehen kann und ich gehe gerne auf Wünsche ein und darum mache ich das jetzt. Ja, ich hoffe euch gefällt das. Das wird wahrscheinlich jeden Donnerstag um 16 Uhr kommen, circa. Ich werde es versuchen. Und es gibt von diesem Kirmens Simulator, also ihr müsst dann in Google Kirmens Simulator oder Kirmens Simulator eingeben, auf den ersten Link klicken und dann könnt ihr alle Achterbahn, nein keine Achterbahnfahrgeschäften kostenlos herunterladen. Also sowas hier. Wie das hier zum Beispiel den Booster. Kostenlos, das muss man sich bedenken kostenlos. Das ist richtig geil. Ja, ich kann hier fliegen, was ziemlich lol ist, aber egal. Das ist jetzt der Booster. Ich weiß jetzt nicht, wie man hier reingeht. So, jetzt bin ich hier irgendwo drin. Ah, ich bin in der Achterbahn drin. Achterbahn, oh, was habe ich mit meinem Achterbahn verdammt nochmal. In der Bahn jetzt hier, in dem Dings hier. Ich werde jetzt einfach Dings. So, wie, wie komme ich jetzt hier raus? Oh mein Gott. Ich mache erstmal. Nein, dunkel mache ich. Das ist geiler. So, ich drücke hier gerade alle Knöpfe. Was war das? Ich habe mal das Ganze hier mal aufgeschrieben. Nur einen Moment bitte, weil ähm, da gibt es ja schon ein bisschen jetzt hier. Ich habe mal das Ganze hier mal aufgeschrieben. Nur einen Moment bitte, weil ähm, da gibt es viele Optionen Nebelmaschine. N zum Beispiel. Das ist jetzt hier Nebelmaschine. On Ride. O. Freecam F1. Aha. Also ich muss sagen, also mir gefällt das Spiel jetzt, jetzt schon sehr, sehr gut. Ich werde das Let's Play vielleicht am Stück aufnehmen und dann jeden Donnerstag neun, neun, neun Dings hier vorstellen, weil das ziemlich geil ist. Also ganz ehrlich. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich finde das ziemlich geil. Ah, ich bin jetzt hier gerade reingeflogen. So. So, dann mal gucken. Was gibt es hier noch? Ich habe auch Musik angefügt. Ähm, ich weiß halt nicht, ob das funktioniert. On Ride. Okay. Jetzt denke ich mal hier. Shimmels. 1 bis 0. cockpit A По. Dann rég mal hier. Dann verdade. Es standp Professional. Nummer Nummer 1. WTF Alter, Position 1, Musik an, Musik aus Ende, also es funktioniert nicht, bitte schreibt in die Kommentare, was ich, wie ich Musik einfügen kann, weil das wäre schon richtig geil, natürlich GEMA-frei Musik ist ja klar. So, dann Jingles, Armlicht, wow, geil, Alter, ey ohne Scheiß, das Spiel, wow, danke an den Abonnenten, die dieses Spiel mir empfohlen hat, am Anfang war ich skeptisch, am Anfang dachte ich, hey was ist das für eine Scheiße, aber jetzt muss ich sagen, dass das Spiel mir sehr gefällt, so, herzlich willkommen beim Booster, ja, so dann mach ich mal Gondel, nein Gondel bei F9 und bei mir ist F9, FRAPS, weil sonst mach ich die Aufnahme aus, F10, ok, Flutlicht, ok, WTF, 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 Stroboscoop, oh, das ist geil, ey, das muss ich mal, Partyhards, Freunde, dieses Spiel ist Hammer, so, das Spiel gefällt mir jetzt schon, also, richtig geil, Hauptarm vorwärts, äh, ich kann hier nicht klicken, Podium, P, das geht irgendwie nicht, Fahrfunktionen sind es, das funktioniert irgendwie nicht, Nimmmaschine N, Ha, was kann man dagegen machen, Freunde, jetzt schreibt bitte in die Kommentare, wie ich das hier hinkriegen soll, ich check das so wenig, der Sound, Facebook, aber der nicht grad Facebook, 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 aha, ok, die Pornoshier, DJ Antoine, Megamix, geil, schon gute Texturen, also muss ich sagen, so, on right, das ist ja richtig, ja, mit der Musik und dann noch so neben, Schade, weil ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll, Sound, ok, Armlicht, F6, Boah, das ist Hammer, stroboskoplich, lieber raus, Hauptarm vorwärts, ja, aber wie, ich drück hoch, aber das geht nicht, Hauptmotor, vielleicht muss ich, Left, Left, Ah, Freunde, ich hab's, jetzt da, so, jetzt mach ich mal A, Ah, funktioniert immer noch nicht, schade, Bügel auf, zu, B, ok, das geht, so, Oh, Get ready, Ja, 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 Wo dir jetzt das noch nichts mehr, das geht, da wollen wir noch nicht, es geht nicht schade okay ich lerne immer dazu mehr so erstmal jetzt kommen warte stelle dir jetzt mal vor die kommen jetzt da rein laufen da rein das ist auf die gehen da rein das geht zu das geht zu und das geht runter oh mein gott es geht viel jetzt wird nur noch musik ja speed das ist nicht so professionell oh jetzt jetzt so wie gehe ich nochmal hier in 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 schnell geil geil so ja arm speed nochmal ganz schnell hier am Speed es geht ab krasse Licht ok das geht schon ab jetzt gehts ab wow hopp dann Richtung so dann beruhige dich erstmal, wir legen uns erstmal rein so jetzt Arm Speed so so auf jeden Fall das ist noch nicht in der Mitte wir gucken dann bedanke ich mich fürs zuschauen erstmal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal nächstes Mal probiere ich dann wieder was anderes oder vielleicht wieder das gleiche mal schauen auf jeden fall bis jetzt gefällt mir dieses Spiel sehr sehr gut ok es kann man man kann es jetzt nicht so spielen nennen aber so Part sage ich jetzt mal auf jeden fall ist es richtig geil gemacht macht auf jeden fall riesen spaß und ich hoffe ihr schaltet beim nächsten Mal ein und schreibt bitte unter diesem Video in die Kommentare wie ich die Musik an und aus mache und ihr könnt mir ein paar tipps geben dann bedanke ich dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten Mal wenn es wieder heißt Let's Play Cureman Simulator Simulation zu eurem Freunde dann geht es wieder dann geht es wieder